Ja, Multiplayer ist auf jeden Fall auch nice, muss ich sagen, dieses Jahr, also Modern Warfare 2 als Multiplayer. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel Spaß macht. Jetzt natürlich Warzone ist draußen, der Warzone grind ist real, aber ich enjoy auch den Multiplayer in MB2 tatsächlich. Mal gucken, ob wir ein bisschen Gameplay heute spielen können. Ich muss auf jeden Fall eigentlich ein bisschen Lachmann Gameplay spielen. So, wo ist der andere? Ich weiß nicht, ob er ihn erledigt hat. Da ist er doch. Ha? Hallo? Wurde der angeschossen, oder warum war der so One-Shot? Okay, er ist vor mir. Okay. Okay, hm, das wird Karma geben. Nein, er geht zum Shop. Es wird so Karma geben, es tut mir so leid. Okay. Okay, AKU auf Close Trench ist auch wirklich schon göttlich, muss man sagen. Man muss halt wirklich am Anfang seine Kills machen, am Ende bekommt man, wenn man natürlich gewinnt, auch nochmal save ein paar Kills ab. Aber die meiste Zeit in Solos ist es halt wirklich so, dass man speziell auf Almazwa, eine Map, die wirklich sehr riesig ist, extrem viel über die Map läuft. Komm schon, Mann. Wo bist du? Du bist dann auf der Bühne, dann. Du kennst, wie viele Zeiten ich verletzt habe. Okay. Okay, du gehst links, dann gehst du rechts, okay? Nein, ich will... Aber du gehst rechts, aber ich will hier in diesem Gebiet. Oder wir bleiben hier in Frieden. Du gehst rechts? Okay, Mann. Gut, Glückwunsch, ja? Ich gehe... Ich frage mich, ob er mich gesehen hat. Richtig. Ich muss wirklich sagen, die Lachmann 555, sie gibt schon so ein bisschen Grau-Vibes. Generell natürlich, die Waffe hat nicht so viel Damage und man kann die Waffe niemals mit einer wirklichen Grau vergleichen. Aber so der generelle Vibe, was allgemein die Waffe angeht, was die Cleanheit der Waffe angeht, ist schon wirklich, ja, bis auf den Damage so ein bisschen grau-mäßig. Also die Waffe hört sich auch relativ ähnlich an. Ich feiere die Waffe auch tatsächlich, auch wenn der Damage, wie gesagt, nicht der allerbeste ist. Können den hier machen. Das war, glaube ich, big, dass wir uns da die Zeit gespart haben, den Weg einfach so zu Fuß zu crossen. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Ah, okay. Korrekt. Ich würde noch mehr Drohnen draushauen, alles gut. Ist gar kein Thema, feiere ich. Ich war tatsächlich noch nie so wirklich auf Terminal hier. Ist da jemand? Euer Torf gehört zu den besten Füchsen. Das, das Gas ist auf Nähe. Neue Sicherheitszone wird markiert. Feindlicher Mörserschlag im Einsatzgebiet. Es wird gottlos. Ich dachte, ich habe einen Smog dabei. Let's go. Der hat nochmal einen Outgang kassiert am Ende. Nachmann 5, 5, 6. GDs. Wichtiger Win. Wichtiger Win.